Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu vielleicht der letzten Folge GTA. Ich weiß nicht, vielleicht es gibt ein oder zwei noch. Wir sind schon ziemlich tief in der Story. Ich zock mein aller aller erstes Mal GTA. Ich hab vorher noch nie irgendein anderes GTA gespielt. Und wir sind tief in der Story drin. Ich möchte mich jetzt schon mal entschuldigen für alles, was heute wieder Katastrophe wird. Ich weiß nicht, ob ihr die letzte Folge gesehen habt, aber die war katastrophal. Ich werde mich heute anstrengen, dass wir heute nicht so viel Scheiße bauen, sondern wir werden heute versuchen, Progress zu machen. Wir werden heute Progress machen. Dementsprechend, Freunde, lass uns einsteigen in das Auto und wir fahren zu Trevor. Ich habe eine Geschichte. Ich bin ein independenter Erinnerung. Ich bin hier, entfernt von dem Mann. Von dem ich kann sagen, du bist wie ein Highschool-Athletz. Du bist aus alten Glorien. Du hast ja schon können, dass du den Hecht verhalten hast. Und jetzt, du bist Angst, wenn du deine Lofen getrennt hast? Wenn du mehr Scheiße rauskommt, wird dir alles über meine Glorien zu lernen, du verstehst? Das haben wir beim letzten Mal schon geguckt, am Ende noch, ich erinnere mich. Er datet diese Haushälterin, die er gekidnappt hat. Äh, ne, die Ehefrau war es, glaube ich, die Ehefrau. So. So, Chad, dann machen wir weiter mal ein bisschen Money, wa? Dann wird man ein bisschen Geld verdienen jetzt. Heute keine unnötigen Tode, keine unnötige Scheiße. Wir werden heute einfach Mission erledigen, Chad, wie ich es am Anfang meinte, okay? Heute wird Geld verdient und Progress in der Story gemacht. Außer diesen einen Typen hier, den fahren wir noch um. Ah, Glück ab, Glück. Na gut. Na gut, es gab mir hier einen kleinen Unfall, Chad. Nein, watch this, Chad, watch this. Mike, oh yeah, another thing for your shopping list. Woooo, oh nein. Saved. Saved, saved, saved. Ich glaube, hier treffen wir uns, oder? Ah, nee, okay, wir treffen uns noch weiter. Trevor kann immer noch ein Stück weiter, in beiden weiteren Überhang. Wait, muss ich auf den Zug? Oh. Oh, yeah, 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 yeah. Ja, ja, das hier ist perfekt, Chad. Oh, fuck, fuck, fuck. Fuck. Was? Und jetzt gibt es keine Möglichkeit, mehr auf den Zug zu kommen, oder was? Okay, zweiter Versuch. Wow, 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 getting changed. Alright, shut up, shut up, shut up, shut up. Let's go. Let's go. Bro, also, real talk. Was ist denn das für eine Scheiß-Mission, Junge? Bro, die Mission ist übel, Scheiße. Oh, mein Gott, wir sparen auf dem Ding. Oh, mein Gott, Traum. Oh, Traum, okay. So, easy fucking going. So lange wie du brauchst, musst du GTA gleich neue Berge hinbauen. Okay, das ist krass. Ich habe es geschafft, aber es hat drei Anläufe gebraucht. Chill. So, den Typen verschmeißen wir mal auf, lässig raus. Weiter, nicht jemanden vollen. Ich kriege 10 Stubs, wenn ich den Zug anhalte. Na ja, also, wie soll ich sagen? Ich schalte den Zeit an. Okay, wir switchen. Wahrscheinlich zu Michael, I guess. Ja. Ich sage euch ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung mehr, was diese Mission war. Was ist der Gameplan? Was machen wir überhaupt? Warum, was machen wir gerade? Reetor? Ich habe keine Ahnung mehr. Gold, ah, wir wollen Gold aus dem Zug klauen. Ah, okay, check, check, check. Oh. Sprengen wir das irgendwie hoch oder so? Ja. Jo, psychisch überlebt der wahrscheinlich, oder? Jo, klar. Hammerplan, Jungs. Der Plan ist ja wirklich wie geleckt. Okay, all right. Chattis werden wieder One-Tap-Skated. Ah, maybe not. Okay, heute ist kein One-Tap-Tag. Bro, I'm gonna run out of bullets at this rate. Come on. Na. Oh, Avis heute nicht so gut, Chad. Avis heute nicht so gut. Oh, 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 oh. Okay, dann war weiter. Der Pilot ist weg. Mach's gut, Bruder. Tschüss, Jungs. Oder wie lange braucht er denn? Oh. Ey, warum sind da oben welche? Wer sind Dinger? Wer sind denn die Kollegen? Ey, Jungs, ich hab schlechte Neuigkeiten. Aber, äh. Ist das dumm. Warum soll ich eh drücken? Oh. Stark, danke, Chad. So, easy. Easy Profit. Easy Profit. Bro, Shut the fuck up. All right, so. Boah, aber ich nehm den da. Nee, ich muss jetzt den Lame nehmen. Bruder, Trevor hat einfach einen Schuss in der Brust drin. Dicker, chillig. Aber gar kein Problem, der kann weitermachen. We give him this, and you end your relationship with that little lady. Maybe we won't be Thedman in Los Santos. I don't fucking see that Silicon City again. It'll be too soon. But this is my job, not your call to make. No, no, your job, fuck things up with the Mexicans to begin with. My job, my score, guess your own. Fuck, ass, suck, kids. Wait, you give me that case, I'll give you something bigger. Mein Schwanz, hops. Oh, was ist das? Was ist das? Eine große Bank. Oh. 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 200 Mio heißt, holy shit. Aber hey, bist du demnächst nochmal in Flims? Bin ab so einem Tag wieder da. We could do this thing, T. This ain't no dream no more. Mm-mm. Yeah. You keep the case. Fuck me, okay, hey. Der Klassiker. Schon so weggehen. Ah, nee, nee, komm mal. Nee, komm. Schon so weggehen. And you can keep Patricia as well, all right? Because I respect that lady and I ain't gonna hold her back. Der Klassiker. Der psychologische Klassiker. Thank you. Just remember, I'm gonna be keeping my eye on you every inch of the way. All right, Cor? And if that bastard fucking cheats on her one more time, hmm, I don't know what I'm gonna do. Yeah, Trevor, we both know you're not the marrying guy. But hey, it's great to be back in business, huh? Binis. Bring it on. All right. Dann bringen wir das Ding mal weg. I guess. Okay, wir müssen irgendwo so in diese Richtung. Wir müssen das jetzt nur hinbekommen, ohne zu sterben. und aber trotzdem mit einem sehr coolen Sprung. Und den machen wir einmal hier, I guess. Bitte, ich schaffe den Looping. Ja, es war eine knappe Kiste aber. Es war sehr knapp. Es war sehr, sehr knapp. Es war sehr, sehr knapp. Wir hätten es reintritt und es schaffen können. Hey, where's the other three? What other three? We told you to bring along six. This is a six-man-Job. No, you didn't. Dave did? No, Dave did. Immer noch kranker Scheiße, dass sie da nicht FBI hinschreiben durften. That is a frickin' lieb. Und deswegen einfach F-I-B hingeschrieben haben. All right, great. Then we're out of here. Fuck you. Let's go. You three can do it alone. And I fuck you. You do your own dirty work. Hey, I do my dirty work every day. Keeping the country safe from scum like you. And you're doing a great job, sir. Hey, you want this job done? Then come with us, huh? Come on. Come on, mister leisurewear, mister depressed accountant. Let's go save America. Yeah, man. This is a beer, kagetin. Yoo-hoo. This is the real deal. Release on a metropolitan area, so they can continue to get funding. Nothing increases funding for fighting terrorism more than successful acts of terrorism. All right. So let me get this straight, then. Bro, what the fuck? No, 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 no. No, there is no getting it straight. That's the point. Now we're doing this. You two are on getaway. Fuck off and make it happen. Michael, you're with us. Actually true, yeah, yes. So, hier irgendwo müsste es sein. Ablauf-Tunnel. Right? Dann gehen wir mal an einen Anschlag oder sowas in die Richtung. So. Sag mal, die Tür hat auch eine Klinke. Irgendwann hat geschrieben, macht ihr heute nur Commander Krieger-React. Wegen dem Tauchen. Der ist das scheiße, ey. Okay. So. Hallo. Junge. Learn to play. Das ist nicht in Range anscheinend. Putz. Ich finde es geil, wie wir wirklich mindestens zwei Leute pro Minute töten. Also wirklich die ganze Zeit typen Leute überfahren Leute, springen Leute hoch. Wurde auf einmal, wir tasern Leute? Warum? Real Talk. This is them. Take them out or let them go. Okay. Was hat er gemacht? Hat er sich irgendwie in Spine gebrochen oder? Oder wurde er abgeschossen? Ich denke, der ist so random umgefallen. Ich glaube, er wurde abgeschossen, aber what the fuck? So, einmal aufmachen, Chef. Arschloch, komm raus. Er schießt es nicht einmal auf, oder? Mach auf! Wir machen es auf den guten Eintenweg. So. Vollidiot. Alright. Ist das dumm, Alter. Wurde immer so safe da drinnen. Dicker, was? Ein Vollidiot, bro. Komm, piekarschloch. Und aufmachen aus mir zu anderem. Thank you, federal government. Dammit. We need to get the nerve agent into a refrigeration unit. Komm, piekarschloch. Das ist ein Glimm-Business. Was? 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 Achso, ich glaube, ich hätte auch schießen können, ne? Ah, ich habe das vergessen. Bruder, ich glaube, an dem Punkt, wo wir erwischt wurden, können wir auch, kann ich einfach auch schießen, bro. What the fuck? We gotta go, we gotta go. Wir sind hier Affen? Oh. Oh. No, no, no. I don't wanna be here either. Bruder, ist dieser verfickte Affenkepich aus Nokia 3310, Junge? Kann man da nicht durchschießen, oder was? Was ist das für eine Scheiße? Kann man die aufmachen? Nee, leider nicht, Chad. I'm sorry. Hey, you work for the wrong branch of the government. Oh. Bro. Ey, wirklich, ich, also non-shock, this game is awesome and shit, aber, bro, HP-Balken ist so low. Ich finde, das ist, ich finde, das HUD ist unfassbar arsch. Bruder, links unten, da achtet man nicht drauf. Wer guckt da links unten auf die HP, bro? Das ist so dumm. Keiner achtet da drauf. Essen, Bruder, ist nicht Minecraft. Bro, denk, was die AG-Challenge, real talk. Doch, for real. Wait, wirklich, aber ich habe kein Essen. Glaube ich. Also, ich wüsste nicht, wo es wäre, wenn ich welches hätte. Bruder, was ist das für ein goofy-Heddy hier? Holy shit. Okay, ihr schreibt zwar alle Paper-Last-Chat, aber ich werde das Ding ordentlich landen, okay? Shut up. Bei mir ist noch nie ein Heddy abgestürzt. Oh mein Gott, Digga, ich habe Michael tot geflogen. Oh, Digga, dieser Nutten, Bruder. Er sieht auch diesen riesen... Bruder, er sieht diesen riesen Heli anfliegen. Gehen einen Schritt zurück, Digga. Nice. Los, Männer, rein da! Oh mein Gott, Bruder. Pfeife. Man hat ja auch den Schuss nicht gehört, vor fucking einer Sekunde. Da kommen die nie drauf, dass er sich selber angeschossen hat. Digga, ist das dumm, Alter. Oh, warte, man muss auch... Ich glaube, ich hätte auf diese riesige LKW-Ladefläche hätte ich das Ding, glaube ich, drauf machen müssen. Okay, Chat, weiche Landung, was ist das? Der Heli fühlt sich auch wirklich besonders beschissen hier. Oh, fuck! Bitte fliege hoch und bitte dich beschädigen, bitte. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, bitte. Oh. 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 You're gonna fucking kill us, okay? Ja, das ist der beschissenste Haufen Scheiße auf PC. Ihr versteht das nicht. Ich kann entweder fliegen oder die Kamera machen, aber ich kann nicht beides gleichzeitig machen. Ich muss mit zwei Händen das machen und dann mit der Maus das. Oh, ja, ja, ja. Der ist es, der ist es. Oh, mein Gott, wir haben es. Oh, mein Gott, wir haben es. Let's go. Okay, lande den Hubschrauber. So. Oh, meine Fresse, der. Finde doch geil, wie ich von einmal gegen den Boden getauscht bin. Direkt war die Fracht beschädigt. Aber aus 40 Meter das Ding fallen lassen? Kein Problem, Digga. Fracht wird nicht beschädigt, jo. Okay, klar. Oh, but there won't be a next time, will there, Davey? There never is. I'll do my best for you. Yeah, I always try. Yeah, well, maybe this time we'll get lucky. Maybe this time Steve will succumb to the strains of enhanced interrogation techniques. Interrogate them? Are you insane? They're probably decorating him right now. Hey, Davey, your boys at the agency are on to you, remember? Huh, you and Stevie. Davey, just try and keep your heads down. Yeah. Davey! I had a wonderful time, Trevor. But we both know, I made a love with my husband. Warte mal. Icebeiß verlässt uns jetzt, Chad. You have a great pain inside you. But you are a beautiful man. I've never been so happy, so sad. Wir müssen Icebeiß jetzt nach Hause fahren, Chad. Sind das Fahrradfahrer da? No joke, Leute auf einem Zweiradfahrzeug umzufahren in diesem Game ist das Beste, Leute. No joke, das Game ist mindestens ein Wertungspunkt auf der 1-10-Skala besser, weil man Leute auf einem Motorrad umfahren kann. Oder auf einem Fahrrad. Das ist der Hammer. Die fliegen so weit, bro. So funny. Real toll. Die Zeit mit Icebeiß ist wirklich jetzt vorbei. Jetzt wirklich, wirklich. Hatte dir jemand das hier schon gezeigt? Stay. Alright. Da ist er, Martin Batratze, Junge. Digga, bro denkt auch erst der Bachelor. Ist auch wild, dass Trevor gerade geweint hat, dass wir diese Frau zurückgebracht haben. Wir haben die einfach entführt, Digga. Junge, auch ein geiler Plot. Molli. Was ist Molli, Digga? Hey, Molli. Hey, Molli. Hey, Molli. Alright. Go over the wall and find the car on the lot. And then what? Only the principal actors and stunt people are authorized to go near it. So you could get in wardrobe and play the part or try something else. When you're out of there and clear of studio security, call me. Okay, wir sollen anscheinend jetzt ein Auto klauen. Okay, also sie meinte, ich kann mich entweder verkleiden oder ich probiere was anderes. Und ich habe das Gefühl, was anderes bedeutet einfach alle totschießen. Und wir entscheiden uns für das Zweite. Du kannst den Schauspieler K.O. schlagen, um seine Kleidung zu bekommen. Oh, okay, okay, okay. Das meinte sie mit Kostüm. Oh, okay, okay. Oh, okay, okay. Digga, was macht Bro? Bro, brauche ich nicht. Yo, yo. Digga, frisches Outfit. Holy shit. Bruder, halt dein verficktes Maul. Vor allem, als ob die nicht checken würden, dass ich nicht der Schauspieler bin. Bruder, der Schauspieler war legit weiß. Der Typ ist black. Bruder, also ich habe nur seinen Anzug an. Als ob die das nicht checken, Bro. Bruder, die sehen sich null Prozent ähnlich. Im Gesicht nicht. Nirgendwo, Bro. What the fuck? Das ist crazy. Das ist crazy. Bruder, ich habe nur seinen Anzug an. Fuck, die Idioten. Hallo, ich bin der Schauspieler von da hinten. Moin, moin. Amerika, ja, ja. Yo, yo, yo. Warum sitzt deine Frau mit Riesenmöpsen? Nehmen wir die mit? Wie geht man in First Person? Is this a kidnap thing? Pull over, Riesenmöps? Get off the wheel! Nein, stopp mir rein! Where are the Paparazzi when you need them? Ich habe V-Versucht, das ging nicht. Jetzt. Jetzt, wo sie weg ist. Na super. Na toll. Schüttle die Sicherheitsleute ab. Okay. Keine Mission, I guess. War das die Mission? Ich habe sie aus dem Sinn weggedrückt. Aber egal. Wir müssen einfach nur zum Checkpointen. Easy. Secure. Ja, okay, Bruder. Ist ja schön, Bruder, aber man muss jetzt nicht so peinlich sein, Bro. Zabi ist doch auch ein RP-Azte. Kann sein, dass Zabi es aber RP gemacht hat. Na schon. Yo. Oh. He ist ja einfach. Loh. Loh. Oh, yeah, I'm always trying to get some motherfucking paper. Just the type of guy I like to work with. Predictable. Hey, we could bring your boy here in on the last part of the shipment. Yeah, whatever, man. Call me when it's done. And after this, make sure we got our motherfucking check, alright? Ciao, baby. It is what it is. Yeah, whatever. Google soll GT auf 360, wenn ich spielen, dann ist es unnüht mehr zu real. Hey, hey, don't touch me, homie. Werde ich ihm weitergeben. Yeah, let me tell you how the world works, Slim. Können wir den Anzug jetzt behalten, bro? Weil der geht krank hart. Holy shit. Ich hoffe. Ah, nicht von Framing of Travel. Okay, Bruder, ich hab grad zum Framing geswitcht. Was zum Flying Fuck macht, Bruder? Wir sind unter einer Brücke gesporned. Und hier ist irgendwie Esteban von Second Cody an so einen Pfeiler geschnürt, Bruder. Was, Digga, was zum Fick passiert hier, Junge? Befreie ihn. Bisschen Quatsch. Ich weiß nicht, ob ihr diese Art von Befreien meintet, aber haben wir gemacht. Ich bin mir loki, dieses Fahrrad klauen. Ey, ganz ehrlich, Chat. Klar ist es auch Story und auch, ne? Und Progress und so. Aber Realtalk, Leben ist auch darüber, dass man einfach mal enjoyt. Man muss auch einfach mal enjoyen. Gedrippelt. Jo. Hahaha. 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 So. Vor kurzem geheiratet. Ja. 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 Na. Na. Ja. Ja. Na. Executive and director of communications from here to Bangalore taking it left right and center in the name of team training Right. I mean now that's what Floyd told me yesterday as he was staring at my my penis Look, this is all I got all right. I had a tough upbringing. My daddy was not nice to me Okay, look Debra. I love you and I love you too Floyd. Why can't we all just be together? Huh? You can have Mondays through Thursdays. You can have the weekends, all right? I know that's not normal, but in this crazy crazy world This normal is so good, huh? Bro, stell dir vor, du chillst einfach bei dir, guckst irgendwie Jame Sticks Topmodel und auf einmal kommt er rein Was machst du dann? Get out of my condo! And you go too, Floyd! I told you! I've got a career! I don't need this! 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 Crap! Yo, 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 that's C4 too You made me swear! You're crap, Floyd! Crap! You're not a man at all! Yo, yo! 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 Who's Bob? I want both of you to go now! You and your weird friends! Whoa! Hey! My name is Trevor, sweetheart! I could give a fuck what your fucking name is! I'm not afraid to use this! I'm not! Oh shit! Bob taught me! Fuck Bob! Oh shit! You are not fucking nice! Was jetzt? Digger! Oh hey there, Trevor! Oh my god! Nicht... Wie ist da nochmal Wade oder so? Oh my god! Nicht er, Digger! Er ist der Dümmste! Hey there, Wade! Did you meet Deborah? Interesting lady! I should probably go say hi! Ohhhh! Ahhhh! Ahhhh! Let's go get in the car! Alright? Let's go have the time of our lives! Was hat er gemacht? Äh... Die haben sich vertragen und äh... Deborah oder wie sie heißt... Hat Ketchup gemacht mit für alle ähm... Mit Pommes. Oh, I know exactly where to take you! Und ich... Er hat halt... Er hat ein bisschen gekleckert. Here we are! What do you think? Oh! Warte mal! Warum sind wir hier beim Puff? You and me? We got a new home! Where? Hmm? Hmm... 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 Yo! Yo! Hey, you too! You too! I want you to give this boy a good time! For a long time! Hey! Gorgeous, 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 gorgeous! Tell me where the manager is for this fine establishment. Through there and take two doors to the right. Mm-hmm. There... There... To the right. Bro... Die Nuttis. So, die werden sich jetzt ein paar neue Schuhe kaufen, währenddessen machen wir was anderes mit Michael. Okay, wir machen den 200 Mio-Heist jetzt, glaube ich. Ich denke mal, wir müssen ihn noch vorbereiten. So, dann mal auf den Schuhladen, ha? Also, eine gute Freundin von mir hat mir erzählt, dass man immer, wenn man hier ist, dem Typ an der Tür ein übelstes Ding drückt und dann erst reingeht. So. Yo! Oh, Franklin ist auch da. Yo! Wer ist der favorite Charakter? Ich glaube... Ist schwer, aber alle drei sind cool. Real talk. Trevor ist halt lustig. Ich glaube, der coolste Charakter ist Franklin. Leichte Gehirnerschütterung. Und in fünf Minuten, glaube ich. Samix, yo! Michael, Trevor und Lester. Und Brad. Ja, es ist Brad. Ja, ja. Sure, Brad war da manchmal auch. Ich glaube, es gab auch andere Leute. Oh, war das der, den wir gerade gefickt haben? Also... Der am Anfang erschossen wurde? Achso, ah. Der big one. Klar, ja, ja. Der big one! Boah, Char, wir machen jetzt einen großen Heiß. 200 Mio-Bank ausräumen. 200 Mio-Bank in Goldbricks. Wichtig, Char, wichtig. Jetzt noch nicht, also wir bereiten das vor. Wir bereiten das vor. Gimme, gimme. Gimme. Oh, ich habe das Gefühl, dass der... Ich habe das Gefühl, das war der Oda vom Club. Naja. Okay, wir sollen diesem Auto dahinten folgen, I guess. Als nächstes. Ist das ein... Ist das ein Geldauto? Alles gut, Char, alles gut. Ein Schrauber muss müssen an roten Ampeln nicht halten. Danke, Bruder. Wusste ich gar nicht. Ich folge denen einfach, oder? Oh! Bitter einmal hoch. Ey, Luki, danke für die 5 Subcals. Er entfernt dich von den Sicherheitstransport an. Okay. 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 Oh, there's ways to make minutes go by. Was? Ach so, haben die gesehen, oder? Klar, wenn wir 5 Meter hinter den Flick kriegen die nicht mit, aber 5 Meter vor den kriegen die direkt mit. Ja, so, Digga, Arschlecken. So eine Scheiße, Digga. Aha, links abgebogen, okay. Jetzt rechts, sag ich. Nee, war Spaß geradeaus. Wo, wo, wo? Vorsicht in den Tunnel, oder wohin? Die müssten jetzt eigentlich hier kommen, oder? Ja, ja, da sind sie. Okay, Chad, wir sind immer noch nicht gesehen worden. Easy. Hey, it looks like we're going to need some IDs to get in the building this way. I'm assuming that's doable, Les. IDs I can handle. Nice, let's go. Let's go. Boah, jetzt der Unitag im Game-Programming. Boah, sick, Digga. Das hätte ich auch studiert, wenn Streaming nicht geklappt hätte. Grüß dich, mein bester Vierfall. Ich hoffe, es ist geil. Okay, Baustelle suchen. Okay, wieso ein großes Loch, Chad? Da, oder? Ist das hier schon diese Bank? Ah, jetzt checke ich's gerade. Wir haben so, ähm, so Geldtransporter verfolgt, um zu checken, wie die Reihen fahren und stehen. Ja, 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 check, check, check. Okay. Alright, wir dippen, Chad, wir dippen. Fliegt der dann automatisch, oder wie? Ich wusste nicht, ob ich das dann eh irgendwann machen muss. Ah, ja, okay, dann kann ich hier hinfahren, ja, easy. Digga, Bruder, wir haben gerade einen Geldtransporter verfolgt. Junge war ultra-whisky. Und Bro ist hier am Weiden in seiner Karre. Sorry, Digga, ich wusste nicht. Alright, wir haben das Riesending ausgespäht, Chad. Und jetzt ist es Zeit, die Quests weiterzumachen. Zwieg, Bruder, wohin? So. Ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut. Ich bin gut, ich bin gut. Lästige Cutscene, Bro. So. So. Family ain't back yet, huh? Nope. Ah, she's a goddamn fool, man. Despite all the chaos of these last few weeks, I think I've finally figured it out. Warum redd das? Sounds ridiculous. No, actually, it does not sound ridiculous. Trennt das aus? Digga. Ist das wegen dem... Ist das wegen dem Rock'n'Loucher? Bro. Hahaha. Hahaha. Trennt das aus? No, das ist nicht das. Hahaha. Ich habe Geld, es machte dich schrecklich. Trennt das aus? Ja, ja. Das ist so dum, Digga. Trennt. Ich habe nicht mehr als ich das. No, ich habe das. No, ich habe das. Bro, ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Woa, 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 woa! Haben wir jetzt noch mal kurz vor Schluss noch mal einen Stress, oder wie? Ich bin Stress, oder wie? Ich habe nur noch etwas gesagt, was ich schon gedacht habe. Auf dem Norden, Yankton. Genau, wer war in deinem Platz? Ich habe nie gedacht. Sie wissen, was ich denke? Ich habe keine Ahnung. Wait, weiß man schon, wer begraben wurde? Weiß ich das schon? Ne, ne? Achso, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. True, true, true. Ja, Brett wurde begraben. Stimmt, er dachte ja, dass Brett noch lebt. Fuck you! Hey, come on, where are you going? You know where I'm going, fuck you! You don't need to go all the way to North Yankton to find out what I can tell you over a couple beers back in my house. Come on, we order pizza. Fuck you! Fuck your pizza, fuck everything it stands for! This is insanity! Oh no, no, it's clear and reasoned thought, finally! Stop your car, come on, come back, we'll talk. I'm not gonna listen to another one of your lies! Hey, I'll lay it all out for you, everything. Just stop the car, turn around. I'm going up there to see it for myself. Shit! Special Agent Norton. Shit, Davey! Shit, he knows! I think he knows! What? Who? I think! Shit! Shit, how? I don't know how. He used his head. Does he know? Does he know at all? Hey, he's on his way up to Ludendorff to confirm his suspicions. Shit! Then what? Then who fucking knows what? I don't know. I'm gonna go see if I can reason with him. Well, I can't, but I, 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 I... Yeah, don't worry about it. This is between me and him. Besides, if it goes wrong up there, I'm sure you ain't far down his list. So, ladies and gentlemen, we sind da! Hmm, hmmm, hmmm, hmmm. Halt's high. Hmm, hmmm, hmmm, hmmm... Hold's to theуб, hmmm... Hmm, hmmm, hmmm... Sir, good! XYRR, ZIIIIII, HAYY, ZIIIIII, HAYY, ZIIIIIIIIIIIIIIIIIEIE DIREKT!! Bro, whaaats? Maa, I don't lose you! Aaaah! Das is crazy! Das ist voll übertrieben, Bro, warum zwei... Digga, wenn ich jetzt wieder bei meinem Haus spawne, ich schwöre dann knallts. No joke. Nee. Nee, Bro, shut the fuck up. Weil ich einen Typen umgeboxt hab? Digga, das Scheiß-Game bescheht aus, dass man Typen umboxt. Ich hab einen Typen umgeboxt. Auf einmal 40 Polizisten da, ja, ja. Ich hab einfach nur jemanden umgeboxt. Das ist nicht so deep, Chat. So, ist nichts passiert gerade. Wir sind wieder zurück. Oh shit, wir sind deep, Bro. Wenn ich deine GTA-Streams gucke, versuche ich so oft mit J 10 Sekunden zu skippen. Na gut, gucken wir mal. Oh, wir sind wieder hier, Chat. Wir sind wieder hier. Das ist das, wo wir am Anfang diesen Raub hatten, oder? Wo wir, wo wir begraben wurden. Gänsehaut. Ich kann das nicht mehr gestürztgleichen. His name is Dave Norton, nice guy, realist. He gets the glory, I get out. It's not even a decision. Amanda, I don't have a choice. Do you want to die here, where it's always snowing? Where do you want to go and live, where it's always sunny? Alright, you wanna live? Tell me you wanna live. Work this out, let's stop. Ich verstehe nicht ganz, warum Davey bei dem Deal mitgemacht hat. Er hätte mich aber einfach festnehmen können, er hätte doch auch die Glory bekommen, oder? Naja, aber er ist einfach korrekt, I guess. Oh, das ist die USA. Oh, er hat Cash bekommen. Ah, okay, okay, okay. Ja, okay, Cash ist, ja, okay, stimmt. It's over. This is fucked, man! The day is blown! Just this one job and everything is done. Everything is done. Ich glaube, Platten, Davey wird an der Reizüberflutung sterben, sobald der GTA Online startet. Ja, das glaube ich auch, man. Ich glaube, das ist wirklich crazy. Find's immer noch wild, dass Wilbur meint, ich brauche einen VPN, weil sonst werde ich instant gedelost. Oh mein Gott, Trevor buddelt die Scheiße ausgerade, what the fuck. Bruder, chill. Hey, you're wasting your time. Is that why you flew out here? Huh, tell me I'm wasting my time? Go ahead, dig it up. I don't give a shit. That's what you look like. The guy who doesn't give a shit. That's ridiculous. How long are you gonna keep lying for, Mikey, huh? When's it gonna stop? What happens in the dark, comes out in the light. Oh, give it a rest, Trevor. There's nothing there. This is it. Moment of truth. Ja, komm, buddel ihn aus, los, mach's. Wir sind eher. Tigger. What if I didn't know. Brad. Look. We do what we gotta do to survive. This thing, it didn't work out the way it was supposed to. Oh, how was that, huh? With Brad in the cannon, me in the ground, or, 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 or both of us in the coffin. Brad got shot, you saw it. He didn't make it. I got shot, I did. That's, that's it. That's your homie. Yeah, Brad, I know. I know that he is. That's the only thing, I didn't know how long it was planned, was me showing up on your doorstep 10 years later. Mikey, I mourned you, and I missed you. But I got a fucking family, Trevor. We were all gonna die. He did die. You reptilian motherfucker. Yoooo... Yo 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 yo. Aye 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 aye. But I do. I got more to lose than you. Never a truer word has been spoken brother. Now pull the fucking trigger. You ain't got to gotcha. Take the fucking shot! Who is that bro? Ungünstiger Zeitpunkt, Bruder. Boyfriend? Denken die, die sind zusammen hier, oder was? Ja, ey, hat sich übel gelohnt, dass ihr gekommen seid, Männer. Mega geil, ey. Trooper geil, dass ihr angereist seid. Mega fresh. Oh, die sind crazy viele, Mann. Ich glaube, ich muss die gar nicht alle fighten, ne? Ich glaube, ich muss die einfach nur verpissen. Oh, Digga. Lauf doch schneller. Oh, fuck, oh, fuck. Oh, ich glaube, ich werde sterben. Oh, shit, fuck. Okay, ich muss das ein bisschen takkischer zacken. Ich dachte, ich kann einfach Rambo-mäßig durch, aber das geht nicht. Lääbäckchen. Ey, go fuck yourself! Mills, quit that-a-way! Das Peek Aslan. ok wir haben alle einer ist hier noch so jetzt haben wir alle jetzt hauen wir rein hier oh auch hier geil 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 danke aber so bro ist die karte leer oh mein gott Boah, ich weiß nicht, ob ich, meinte ich, wie weit ist denn das jetzt? Ich will nicht noch allzu lange brauchen. Okay, ich muss zum Flugplatz. Ist das doll lange? Ah, geht. So weit ist es nicht. Machen wir kurz noch. My friends miss you in North Yankton. I was hoping we could talk. Was that your people? Of course, sorry I had to cut out. Your operation cost us problem for me. I want to expand into Blaine County, but your business and your temperament prevent me from making inroads. Oh, well, too bad. I don't know what you can do about that. I've already done something. We have your lover Michael DeSanta Wir müssen ja, wir müssen ja, wir müssen ja, sonst explodiere ich, straight up You gotta do what you gotta do, my business ain't going anywhere I'm serious about this, he will die Tell him, I love him dearly Take that, that's crazy Bro, die denken einfach, dass wir zusammen sind, weil wir da zusammen rumgelaufen sind So, alright, dann bringen wir mal das Ding hier runter Hey, du verrückter, Treffen bei mir zu Hause Frank und ich holen die letzte Karre für den reichen Heini Bist du dabei? Alles gut, Bruder, alles gut Es geht noch, aber es ist ein Online, Bruder Oh, das war knapp Das war ne knappe Kiste, Chat Alright, top Perfekt Wundervoll Geil, misst du und fertig In dem Sinne, Freunde, wenn euch die heutige Folge GTA angefangen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zur wahrscheinlich wirklich letzten Folge von GTA In dem Sinne, macht's gut, ciao, ciao